Das hier ist das schlauste Spiel, das es gibt. Denn du kannst das Spiel Metal Gear Solid 5 sicher nicht outsmarten. Das Game erlaubt dir, Missionen ganz auf deine Art und Weise zu spielen. Mit nur einem Twist. Wenn du zum Beispiel als Sniper Headshots verteilst, tragen die Gegner nach einiger Zeit Helme. Und diese Strategie wird zunichte gemacht. Kein Problem, dann schleichen wir uns in der Nacht einfach ran, oder? Auch nicht smart, denn nach einigen Spielminuten wirst du hier mit Taschenlampen gejagt.